Hey Leute, was geht? Ich bin's, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Mario Kart Wii Online. So, ja dann wollen wir direkt hier mit einer neuen Gruppe starten. Ja, das geht aber hier gut zur Sache, ey. So, ja, kann man nix weiteres sagen, ne? Das ist jetzt einfach, ich bin stolz. Wie jetzt? Muss das so ein Bug sein, ey? Hab ich dir noch getrollt oder nicht? Was soll's, ähm, ja, ich hab nix Besseres zu sagen, ey. Ich möchte jetzt einfach mal zocken und so, bisschen explain. Und ja, wow, ich bin grad so ein Pro, ey. Also, ähm, ich glaub, dass sich das lohnt, ey, mit meinen nines und yo. So. Ja, so, wenn das heute so ruhig bleibt, ohne Blueschelz und so, dann, boah. Aber, ja, ja, ich muss mal ein bisschen etwas näher sein, weil ich weiß nicht, ob ihr mich hören könnt. Wow. Was soll's. Ja, ich weiß nicht, ob ich, äh, schon erwähnt hab, so, äh, ja, also, schon über Polen, so, dass ich ja weg bin. Und ja, ich wollte noch sagen, so, äh, wie das so abläuft, so, die Reise. Also, also, ja, wir werden, also ich werd mit meinen Eltern, äh, ganz früh losfahren, so, um 5 Uhr oder so, 5 Uhr früh, weil das ein langer Weg wird. Und, also, mit nem Auto natürlich, ja, leider, weil ich würde so gerne mit dem Flugzeug fliegen, aber, ne, ist leider nicht. Scheiß auf. Aber, es wird natürlich auch ein bisschen etwas, äh, wie soll ich sagen, es, äh, ich hoffe mal, dass, äh, mir da nichts passiert, so, ne Fahrt, weil man weiß ja nie, sowas, so, ne Autobahn passiert und so. Ja. So, dann, ähm, geht's gleich direkt weiter. Yo. So, dann geht's in der letzten Strecke. Yo. Man sieht schon, wie lange Strecke ist wieder dran. Super. Und ja, ich bin ja leider, wie soll ich sagen. Okay. Okay. Yo, wenn man nicht hinsehen kann, ey, fährt man halt drauf. Ich weiß nicht, ob ich ne Brille brauch oder so. Yo. Muss halt sehen, ey, was hier abgeht. Aber, es kann ja viel passieren, ja. Verdammt. So. Und. So, sch- Boah. Ich lach mich kaputt, ey, ey, shit. Was ist hier los? What's up? What's going? So, jetzt. So, jetzt wollen wir mal schnell den Shop Cup machen. Und. Wow. Und nein. Ich hab's nicht überlebt. Also. Sonst fühl ich mich immer sicher, wenn ich den Shop Cup mache, aber das war jetzt. Diesmal nicht. Aber, ähm, ja, äh, ich wollte noch, wie soll ich sagen, ähm, ich muss ja leider mit Marikard Fee eine Pause machen, weil, ja, aber ich werde, ich kann ja leider nicht online zocken, wenn ich weg bin, zum Urlaub, aber, ja, ich kann ihn nur mitnehmen. Und so ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, Zeit fahren machen, oder so, oder vielleicht Shortcuts. So, okay, jetzt wünsche ich mir Glück und nein, das war kein Glück. Das war kein Glück. Das war echt kein Glück. Ja, ich weiß, ähm, ich hab die Arschkarte gezogen, und, ja, das sieht gar nicht gut aus für mich, wenn ich klein bin. Aber, aber, das ist ja schon jetzt noch rund. Wow. Okay, der kann schön snipen, ey. Und, ja, Pech gehabt, ey, du kannst nicht snipen, bist du blöd dafür. Ja, komm schon, geil, ich muss hier noch die guten Pilze nutzen, und einer ist, ne, ich dachte nur, einer wäre hier an der Lava untergefallen. So, und, so schnell geht das, ne, mit den Runden. Ich muss ja dann wieder, wieder aufhören, ne, ja, so schnell, ist leider so. Okay. Mhm. Das ist auf jeden Fall, äh, optimal, so ein Platz, also, für mich, das kann für mich, äh, für mich immer sein, so ein Platz, so bei jedem Display, aber, ja, ist ja leider nicht immer so, ne. Aber, ja, guckt mal, ein Pluspunkt. Wow. Muss ich da stolz sein, muss ich da echt stolz sein, ey. Okay, ähm, ich muss, ja, wieder aufhören, ne, aber ich könnte ja mehr Rennen machen, aber ich kann nicht, das ist nur wegen meinem verdammten Uploader und so. Und, ja, ich hoffe mal, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch einen Daumen da lassen, und, ciao!